Podcasten lohnt sich. PolitikerInnen podcasten. SchauspielerInnen auch. InfluencerInnen sowieso. Verlage produzieren im laufenden Band, Agenturen entwickeln Konzepte und Radiosender freuen sich über neue Verbreitungswege für ihren Content. Vereine, Verbände und Unternehmen melden sich zu Wort und verbreiten ihre Botschaften. Die eigentlichen HeldInnen der Podcast-Welt sind aber andere. Es sind die HobbyistInnen, die AktivistInnen, die Nerds, die Paradiesvögel, die die Podcast-Szene so bunt, lehrreich, unterhaltsam und aufregend machen. Dieses Buch ist eine Liebeserklärung an all die schrägen Vögel, leidenschaftlichen FachidiotInnen, fleißigen TüftlerInnen und ThemenwälzerInnen sowie Entertainerin. Es zieht den Hut vor all denen, die etwas zu sagen haben und sich Gehör verschaffen. One ear at a time. Das ist das Mission Statement dieses Buches, der Podcast-Führerschein, was gerade erschienen ist. Und im Prinzip übersetzt heißt das so viel wie macht euren eigenen Podcast. Ihr könnt hier drin vieles lernen über Konzeptentwicklung, technische Herstellung der Podcasts, der Verbreitungswege und all das steht hier drin. Aber das Wichtigste ist im Prinzip das, was in eurem Hirn passiert, nämlich wie ihr die Welt seht, was ihr sagen wollt und was euch bewegt. Und das in Podcast-Form zu bringen, dafür möchte ich euch gerne motivieren. Und dabei kann dieses Buch ein bisschen helfen. Und das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist, es schaut nach, was da oben drin los ist. Und dann kommt ihr ganz schön weit. Der ganze Rest steht da drin.